Wir sind gerade an den Ära-Waren. Meine Füße wurden schon wieder von kleinen Fischen attackiert. Und da werden immer noch attackiert. Das kitzelt. Das ist für mich ganz schrecklich an den Füßen. Der Wasserfall fällt hier schön. Darabine springt jetzt gleich ins Wasser rein. Und dann gehen wir gleich zum nächsten Pool.